Hallo Freunde und Freunde, da bin ich wieder mit GardenWorfer und den Tim habe ich auch wieder dabei. Hey. Und wir daddeln jetzt die Rosen. Nein, ich spiel die nicht. Ähm, was haben wir denn gerade? Vier Rosen. Ja, lecko mio, ey. Hier, ich will mal diesen, diesen, diesen Gift, wo da rechts unten steht, äh, gibt's noch mal Schatz, Zombies allein durch, dass er in der Nähe steht, okay. Ich nehme mal so ein Schnappervieh. Dann mach ich mal eine auch. Heilerin als Vampir. Blumen. Ähm, was ist denn das dritte? Sieht aus wie Unkraut. Was, passiert da irgendwas bei, bei Nummer 3? Ähm, ja, da stunnst du die Gegner, wenn die da reinlatschen. Okay, und Nummer 1? So, 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 wie du mir keine Miene. Nummer 1 ist Vollschleim, oder? Ja, einfach. Und 1, äh, 2 ist unter die Erde gehen, glaub ich. Hm, genau. Und dann muss ich einfach zuschnuppen mit dem richtigen Moment. Ah, das gibt's ja. Ich konnte ihn nicht fressen. Hab ich gemerkt. Ich hecke fest, ich kann nix machen. Ich konnte überhaupt nix machen. Ich lebe, lebe dich. Juh, ich bin wieder da. Nicht gelangen. Aua. Heilung. Ach, scheiße. Ja, ich werde wieder aufgehoben. Ich konnte ihn nicht fressen. Aua, was war denn das jetzt schon wieder? Warum bin ich denn nur schon wieder tot? Ich hefte dich nicht auf. Ich weiß noch mal gar nicht, was hier los ist, aber ich komme gerade aus dem Bodenflug tot. Weil die dir auch unter dem Boden Schaden machen können. Zwar nicht so viel und trifft man dich nicht so leicht, aber es geht auch. Ja, ja, aber hat ja keiner gemacht. Ich bin da rausgekommen und war jetzt denn tot. Mein gut, ich hatte wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Leben. Boah, ich komme auch nicht mehr weg da. Werdes auch hergetötet. Hey, wieso bin ich denn jetzt rausgekommen? Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Jetzt bin ich komplett fest. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Bin schon fast tot. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Erklär mir mal, was hier passiert. Aua. Warte, bleib hier. Kann ich nicht, ich muss mich irgendwo verstecken. Ich werde hier beschossen. Okay. Hey, die sieht voll cool aus. Sie sieht toll aus. Gefällt mir. Angriff. Ich weiß gar nicht, wie ich angreifen soll. Es ist gar keiner da. An der Ober. Nimm ein. Arbeite dran. Ist doch eingenommen. Von den Gegnern. Das Ding hier ist eingenommen. Jetzt muss ich weiter. Ja, das hier. Zum nächsten, ja. Die fliegen immer genau dann hoch, wenn das nicht gebrauchen kann. Aua, von wo? Von hinten. Korbe. Bist du tot? Ja, aber die heben mich ja noch. Ja, heilt mich. Ihr Bitches. Ich finde immer so lustig, wie die hier rumschweben. In manchen Bereichen. Wieso kriege ich denn den nicht gefressen? Ich verstehe das nicht. Hast du eine Ahnung, warum ich den nicht gefressen kriege? Nee. Muss man da noch irgendwas Besonderes machen? Ja, wenn du unter der Erde bist, genau auf dem Draufland draufbleiben. Glaube ich. Ich bleibe da immer drauf, wenn ich. Weißt du. Auf dem Mauszeiger oder was? Ja. Achso? Weißt du, ich mach. Ich weiß nicht, aber irgendwie schon. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn du es abbrechen willst, mit der Taste runtergehen. Vielleicht haben die es so gemacht. Muss ich immer draufbleiben. Oder dich hat irgendwas gestunnt. Ja, ja, ich war gestunnt, aber... Ja, dann geht es. Der hat ihn halt im Maul gehabt, aber hat ihn nicht gefressen. Boah, und der hat mich gerade mit dem Ding rausgeholt. Echte Verdauung. Die haben irgendeine Granate, die schmeißen es auf den Boden und dann komme ich automatisch aus dem Boden raus. Ist ja voll fies, ey. Das ist ja der ganze Vorteil hinüber. Den das Ding hier hat. Ey, ich will wenigstens einen auffressen. Vorher ist hier nicht Ende. Die Superhelden, die fliegen halt immer sofort weg. Ich springe immer gleich hoch, wenn sie dich kommen sehen. Fressen. Man muss wohl scheinbar wirklich draufbleiben, ne? Wer hat hier beschossen? Und der Fein beschoss. Aufgefressen. Der hat mich gejagt die ganze Zeit und beschossen. Dann bin ich weggerannt und irgendwann konnte ich mich wieder einbuddeln. Dann gab es einfach nur noch HAP und dann war er weg. Oh Gott, ich schade das Ding nach. Nein, unser Telefot ist kaputt. Boah, alter, Alter. Was war denn das jetzt? Kommt doch mal so ein komischer Doktor. So, was gibt es denn noch für schöne Blumen? Was kann man denn noch testen? Wir haben hier diese Terminator. Um hier aufzuladen, mit den Ladestufen steckt der Schaden. Okay. Was sind das für... Der Kamin legen und noch irgendwas? Was ist denn das? Ach, das ist ein Wall. Okay. Sehr interessant. Ich bin echt noch der Wicht getötet, Thomas. Dein Pizza-Barter. Hey, aber getroffen! Die Orange. Oder Zitronen, was das ist. Wieso treffe ich denn die nicht, das verstehe ich nicht. Kein Zielwasser getrunken, weiß nicht. Nee, ich schieße genau drauf. Oh Gott, ich bin gestunnt in der Kugel. Oh nein. Ende. Oh. Ich bin aber auch nicht weitergekommen. Nö. Aber ich habe auch viel rumprobiert. Verdammt. Ich dachte, naja, werden wir es schon schaffen, dann kann ich auch ein bisschen rumeiern. Hast gedacht. Ja. Na egal, war trotzdem lustig. Ja. Ich habe immerhin welche aufgefressen. Ich bitte dich. Das war gut. Boah, war ich schlecht. Okay, gut. Ich muss sowas lassen. Na gut. Ist auch die Frage, will ich in der Statistik oben sein oder will ich einfach Spaß haben? Ja, beides wäre gut. Ja, das wäre praktisch für die Gruppe, ne? Mhm. Na gut. Jetzt spiele ich halt wieder ordentlich. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, kommentiert nicht vergessen und abonniert nicht vergessen, wenn mir was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.